Wow! Hey, was ist das denn? Oh, das ist ein Ufo! Ist das der Frisbee, den Skull damals erwähnt hat? Das bauen die also hier? Die SS Utopia beginnt in der Schiffswerft, in Kürze die Startsequenz. Die Startsequenz beginnt nach der Integration des Hauptkerns. Die SS Utopia? Ja, Projekt Flucht nach Utopia. Darum ging es also. Vater spricht seit einiger Zeit immer wieder davon, in die Politik aufzusteigen. Die Firma ist somit auch nur ein Trittstein für ihn. Er wird sie aufgeben, für sein Utopia. Moment, wenn er hier abdüst, können wir ihn gar nicht mehr wegen der mentalen Infarkte fragen. Das stimmt. Wir müssen uns beeilen. Ich denke, wir kommen jetzt noch tiefer rein. Look, das ist es. Das ist der Schmuck. Was? Was? Das ist der Schmuck. Der Schmuck. Er hat sich in der Schmuck. Er wird bald geöffnet. Ihr könnt alle aufhören, wenn ihr hier seid. Ihr Destruction ist Illism! Hahaha! Keine Zeit! Wir müssen schnell! Hier! Oh shit, wir haben nur 10 Minuten? Bro, so viel Zeit haben wir nicht. Bitsch! Okay, aber der Dude war nicht immun gegen Nuklear. Insane, wir sind übelst fucking stark. Fuck man, holy shit! Ähm... Shit. Ah, sehr gut. Ich bin, was Sport angeht, übrigens auch, super Mülpe und dieser Schreibtisch, an dem ich stehen kann. Das ist einfach das Beste, was ich mir hätte kaufen können, okay? Das ist halt so, so gut, weil ich plötzlich wieder Muskeln an Stellen bekomme, wo ich gar nicht wusste, dass ich die verloren habe, man. Oh, ich hätte hier gar nicht hochgemusst. Ja, was soll's. Ein Schraubkast! Was zur Hölle? Halt an! Unnötige Kämpfe vermeiden wir besser. Ziehen wir uns zurück und finden eine neue Strategie. Vergiss es, dafür haben wir keine Zeit. Wir mähen die einfach nieder. Nutz doch mal dein Hirn. Wenn wir jetzt unsere gesamte Energie vergeuden, ist der ganze Plan hin. Immer mit der Ruhe, Leute. Joker? Du entscheidest, Joker. Egal, was du sagst, ich stehe hinter dir. Lauf dann vorbei, Mann. Dude! Dude! Die nehmen wir aber noch mit. So viel Zeit muss sein. isgarnau, Mann. Der Krieg zu zahlen. Der Krieg. Der Krieg ist wahr. Der Krieg. Wie ist es? Wir haben uns mit dir stehen. Machen Sie, Herr Präsident. Da war es. Ich... Entschuldigung, ich habe eine Veränderung, ich werde es tun. Vater... Haru... Sie waren immer so agreeable, ob es in der Schule oder nach, wie ich gesagt habe. Sie wurden so admittes. Was hat ihn gefallen? Ah, ja. Sie erinnern sich, Haru? Das war's, wenn meine Arbeit mich auszusehen. Das war es dann, dass du mich wiederholt hast. Honestly, du hast mich überrascht. Still, du standen gegen mich und wurde eine junge junge Frau. Nichts könnte ein Vater glücklich sein als zu sehen, dass das. Sie erinnern sich etwas, so lange vorhin? Dann, du in dein Herz zu machen, Du hast mich überrascht. Warum hast du verändert? Entschuldigung, Haru, aber ich würde niemals aufzusehen, wenn mein Herz entstanden wäre. Bitte, nicht das! Ich versuchte dich! Vater! Wir können... Wir können es hier enden. Hier... Ah, Haru... ... 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 Die frühe Realität der Menschen unterbrechen ist ein Teil des Geschäfts. Die Verträge und die Gefühle sind für Verlust. Welche Glück kann man bei der Justiz zu verletzieren? Welche Glück kann man durch Profit gewonnen, durch die Herz von anderen zu verletzieren? Das ist besser als Verlust. Ich würde viel lieber zu verletzieren, als in der Mischung der Schuld. Insofern werde ich in der Welt verletzieren, in der politische Welt. In den Echelons in der Welt, in der Utopie. Mein Name wird in den Annalen der Geschichte gesetzt. Mach deine Entscheidung, Haru. Wenn du sie wegst, werde ich dich mit mir in diesem Schiff verletzieren. Bleib und du werden mit dieser gesamten Basie verletzieren. Nun, was ist deine Wahl? Du schuldigst. Nur! Was für dich da? Du willst nicht hier rauskommen? Willst du mit meinem Schiff? Du bist gegen die anderen, nicht wahr? Hm. Du bist auf uns spierst. Du hast nichts bekommen, indem du sie mit ihnen verletzieren. Das ist was du glaubst, nicht wahr? Du bist absolut richtig. Du schubst sie weg! Du sie weg! Du sie weg! Du sie weg! Du sie weg! Ich gebe dir die Schiff nachdem wir uns überlegen. Du weißt, wir haben sie ein Begriff. Ich gebe dir 10 Sekunden. Die Zeit ist Geld, nachher zu geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Period. Du kennst das, was das bedeutet? Deine Offer war ein No-Go von der Start! Was? Woah, es kam! Way to go, ich! Wowza, du bist so cool, Mona! Du hast die Show, Mann! Vater... So viel für die Gespräche. Hm, du Rebels! Es ist Zeit bevor der Start! Ich werde euch alle kürzen! Sehr gut, dann. Bring es! Du kleine! Du wirst nicht mehr leben! Das ist die Kraft von Kurafu! Es ist Zeit, dass du überraschst, Vater! Dann! Entschuldigung! Dann sagen Sie das, nachdem du das deine Stabilität verletzt hast, später bist du nachdem, die meine Stabilität der Stabilität. Los geht's, meine Arbeiter! Sei die Grundlage auf der sich meine Krieg ist! Er ist neu! Jetzt, meine gewohntes Arbeitnehmer! Targetieren sie an random werden nicht das Schade! Sie müssen alle auszuladen, individuell! Hier, Targett diesen erst! Der Föhn mit der Gesichter meiner Frau! Ihre Arbeit sind schädet. Wir versuchen, dass der Fall ist stark! Wir versuchen, eine Schwierbarkeit zu schützen! Uh... Ach, das Holz. Oh, seriously? How useless can you all be? Whatever's become a company loyalty? Very well, then. Haru, teach our employees how to demonstrate their loyalty properly. Oh, God. Yes, Father. Huh? Me? My Haru faithfully obeys my orders. After all, she's nothing like your charlatan. Basically, it's my father's cognitive version of me. Hey, guys, don't let this get to you. Just remember, once we take Okumura down, it'll all be over. Let's wrap this up quick. Not happening. You shouldn't have underestimated the strength of my company. Employees, fall in line. Time to work. Even more. Every problem can be solved with more manpower. That is the strength of my company. Happiness based on the sacrifices of others isn't true happiness. Hat sie schon recht, ne? Okay. Habe ich nicht extra... Genau. Er ist ja irgendwie voll geil, oder? Vielleicht sollte ich ihn auch mal nutzen. Ui, oi, 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 oi. Okay. Hm. Hm. So, warte mal. Da hab ich doch aber definitiv irgendwas, oder? Matsio ist jetzt nicht so mega geil. Ich hab nichts, was elektris- doch. Aha, 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 aha. Let's go. Oh, Joker, du wirst cool. Shit, das ist nicht so stark, wie ich gehofft habe. Ähm... Ja, hm, machen wir damit weiter, würde ich sagen. Nice one, Joker! You hit its weakness! Fursona! Ha! Ha! Uh... Hey! What the hold on? Enough of... The barbaric Dark Hair! I won't let some petty thieves stand in the company Mein Vater's Wort sind absolut. Das ist ein guter Punkt. Nun, sollen wir... Was ist das? Accept it, please. Mona's Defense hat erholt. Persona! Its weakness is Electricity. Persona! Johanna! Okay, das hätte mir auch mal wer sagen können, man. Habe ich nicht irgendwie noch geileren Shit irgendwie? Das denn? Besser ist. Besser ist. Ja, Mona. Joker! Deine Defensive hat erholt. Geh weg! Geh weg! Geh runter! Nice one, Joker! Joker! Du hast seine Weile! Persona! Hier! Joker! Die Defensive! Warte! Warte! Okay, das wird wahrscheinlich nichts. geh weg! Geht! Okay, das ist schon... Huh, okay. Hmm, hmm, hmm. Shit. Dann. Ach, das kriegen wir hin. Komm, jetzt sterb doch einfach. Holy shit, Rudy. Er hat uns einfach abgehauen. Hm, losing some disposable employees is nothing to me. I have more than enough to replace them. You've made a grave error underestimating my company body. Employees to me. Okay. Okay, wir müssen sie alle gleichzeitig killen. Bläh, 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 bläh. Ja, 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 ja. Dafür haben wir ja ganz viel Shit eingekauft, damit wir da uns keine Sorgen drüber machen müssen. Ähm. Ähm. Calm down. Okay. Thank you. Mona is really hungry. His attack is a lot lower. Äh, was haben wir denn noch? Wo haben wir denn den ganzen Shit, der uns aufheilt? Da hab ich doch extra voll viel Kram gekauft, man. Äh, da, 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 da. Hier, alle 200. Hau raus. Das ist das. Ich erinnere mich. Ich bin sehr dankbar. So. Dann. Dann. Was noch? Das sollte helfen. Dann. Das ist zum Verein Gegner. Das ist jetzt für alle. Egal. Ähm. Okay, okay, okay. Warte, nein. Machen wir das total smart? Ich hab doch bestimmt... ...so Wind-Shit irgendwo. ...da. Ah, nein. Egal. Klappt trotzdem. Können wir nochmal machen. Oder? Hier. Ach, ich kann das nicht an Morgana weitergeben, weil wir sind einfach lahm. Okay. Okay. Egal. Egal. Nice one, Joker. You hit its weakness. Over time. Making care of what they're all. Ah! Making care of what they're all. Making care of what they're all. Oh, useless. Nice, Joker. Just at the last second. Hey, whoopee. Yeah, 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 yeah. Persona! Not this. Using it. Knocked them right off their feet. Nice, Joker. Hmph. That's one down. Go, Queen, go! That's Mega went off the baton. That was perfect. Marisona! Go down. Nice one, Joker. You hit its weakness. It's tough. Das wird doch schon wieder nichts. Ah. Joker, your defense is decreased. Persona! Shooting! Oh mein Gott. Neuwagen, doof. Danke für den Sub. Go for them. Show them the weight of the corporate elite. Time to work. Any who disagrees with my vision will be... There are... That's... Shall we? Accept defeat. Mona's really halfway. His attack is a lot lower. He's a lot higher. Hmph! He's a lot higher. Oh my gosh! Neuwagen, doof. Danke für den... Verschenksab. Me. Yeah! Persona! Wie ist das denn? Joker ist Hunger. Er hat Power Down. Zana! Show somebody I will, let's go. Let's go. Red Ryder! There! Ooh, Joker, you're looking cool. Up to you. Not yet yet. Okay, that pass brought your power even higher. Stop them, Melody. You got them, Noir. Right in the weak spot. Witness Mark's gone. Stop! Melody! Persona! Pass this! Enemy escaped. Three remaining. Okay, die hauen einfach von alleine ab. Ich dachte, die hauen erst ab, wenn sie niedrige Energie haben. Okay. Ach. Ach. Also prinzipiell finde ich ja den Gedanken hinter dem Kampf auch gar nicht so kacke. Dass du halt hier tatsächlich eigentlich einfach nur draufballern kannst und ein bisschen taktischer spielen musst. Aber bei fucking Gott, Alter. Es ist halt ein bisschen fucking ridiculous, Mann. Ah shit, das hätte ich mir auch sparen können eigentlich. Naja, egal. Es ist dein Kopf, doch. Du hast es. Guck. Good thing, wir sind bereit. Und jetzt ist ein Fass. Go, Queen, go! So, dann wollen wir mal. Ersona! Wo habe ich denn Psychowucht nochmal? Okay, Mädchen. Warte, was? Null? Das ist ja krass. Null? Das ist ja krass. Okay. Oh, fucking Kay. Oh, das kann nicht sein. Bro, der hat halt noch so drei HP, Alter. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja krass. Jetzt dann, beurteile deine Arbeit als mein rechten Mann. Für die eternen Prosperität der Okumara-Foods. Skull ist wirklich hauptsächlich. Er hat keine Energie, um hart zu schlafen. Zeit für das? Okay, Zeit für ein Comeback. Persona! Hatte ich nicht irgendwen, der super krass blitzaffin war? Schockboost? Aber da habe ich noch wen anders, oder? Oh, yes. Wow! Das war anscheinend das hier, ne? Äh... Hat er sonst irgendwelche Schwächen? Persona! Da! Okay, bei ihr habe ich noch nicht alles rausgeballert. Okay. Er ist schockt! Er ist schockt! Okay. Okay, das wird auf jeden Fall nichts mehr. Kann ich nochmal mit Psycho-Wuch? Oder habe ich noch etwas Besseres? Ruhe Chance auf Segen, Insta-Kill bei allen Gegnern. Ich glaube, das wird nichts. Ähm... Okay, das machen wir einfach mal nicht. Hier, das ist doch voll gut, oder? Häftige Allmacht-Schaden bei allen Gegnern. Hau mal raus. Okay. 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 Wie hart du arbeitest! Für die internen Projekte! Jetzt... ...Deckung... Okay... Von der Nacht! Deckung und Jokerhallen, okay... Ich opfere einfach sie... Ach komm, los geht's! Wollen wir mal! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! What? Bro, was zur Hölle war das denn gerade? Ähm... Was ist das denn? Ja... Was ist das denn? Ich... Danke... Geht auch... Okay... Canaria... Danke für 35 Monate Treue! Ja... 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 Wie ist das denn? Hm... Wahnsinn! Das brachte halt gar nichts, Alter... Ähm... Und das... Und... Das ist das... Heilung. Okay, okay, das ist, also, ist okay, aber, you know, fuck. Oh, Gott. No! Bro, wirklich, warum ist die Alte plötzlich? Oh, das kann nicht sein, ey, komm schon, das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir nicht antun, Mann. Oh mein Gott. Oh, ist fucking Makoto einfach am schockiert sein, so. Oh, das ist doch ätzend, Mann. Was für ein Quatsch, einfach. Oh, ich glaube es nicht. Ich hoffe, das überleben wir. Okay, das, das war, das war in Ordnung. Damit kann ich leben. Äh, ich habe doch noch das hier. Mal Supernova auf Wish bestellt. Ja, ist schon, ist schon wahr. Ich kann nichts machen. Ich habe halt legit keine Angriffe, die irgendwas bringen würden hier. Besser als nichts, Mann. Man, ihr habt ihr in Ordnung. Boat, ihr habt ihr habt. Persona, wie ist das? Nice! Hey, Lucca. Eini. Deren. That's right, except this. Shall we? Mh... Machen wir doch das hier... Also, dass wir Ryuji in die Gruppe geholt haben, ist vielleicht doch irgendwie praktischer, als ich erwartet habe. Ähm... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh mein Gott! 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 Ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Ähm... Ja, das klingt doch ganz gut. Okay. Ach doch mal, ich hab's nicht gesehen. Hahaha. Nee. Echt nicht so. Hat die jetzt irgendeine Schwäche, mit der ich irgendwas machen kann? Okay. Schade. Hätte ja klappen können. In Arizona! Zum Beispiel Psyo. Ähm... Ich kann Jokers Angriff glaube ich buffen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Manche Barriere, die Angriffe kontert. Erhöht drei Runden lang den Angriff aller Verteidigen. Ja, ist doch schon mal ganz gut. Persona! Red Rider! Du bist mir! ... und. ...und. 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 Was erinalsicht mit Haru? Wenn du nicht sie stopst? Meine Träme... ...und... ...und. Ich hatte keine andere Wahl. Haru! Selbstdestruct! Detonate and take those damn thieves with you! No way! Okumura's even willing to sacrifice his own daughter?! Everyone, let's destroy it before I can self-destruct! But Noir, that's... I am no longer my father's subservient puppet! The re... Here's your paper! Exterminate Intruders! Oh Gott, was? Was? Einfach, einfach Deckung? Ich krieg die garantiert nicht tot jetzt! Okay, decken wir! Exterminate Intruders! Exterminate Intruders! Exterminate Intruders! All hail, Father! Okay, das war... das war in Ordnung! I've had enough! Someone get in here! Anyone! Father, the time has come to end this! I hope you're prepared! Sona! Ravage her! Erstmal ordentlich weggeballert, Alter! Damn! Wir haben's geschafft! Nach fucking zwei oder drei Stunden, Alter! Bro, was ist los?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aaaaaah! 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 Dude, was ist los, man? Holy shit! Uff! Was für ein unfassbarer Quatsch einfach nur! War doch ganz easy! Ich weiß gar nicht, warum alle gesagt haben, dass es so schwierig war! Also, keine Ahnung! Wie müsste alle echt richtig bad in diesem Spiel sein? Aaaaaah! Also, den Palast selber fand ich halt voll okay! Aber der Bosskampf, der war halt schon so ein bisschen... Yikes! I've awakened to a new power! Das ist alles gut! Das will ich alles nicht wegdingsen, eigentlich! Machen wir das hier weg! Und wie largen! Wichtig! In the end, I am just one more in a lineage of failures. I will contact your fiancée and rescind the marriage offer. This may be the end for a cooler of foods. Forgive me, Aru! shooting father you were behind all the breakdowns and mental shutdowns weren't you I admit I've spent large sums of money to help my company grow and to crush business competitors answer me dammit did you do it or not personally I have a contract all I did was make the requests to have them eliminated Request? Dann ist wirklich ein mysteriöser Kriminalf in den Paläsen der Menschen. Also ist es wahr. Was für ein Konkret habt ihr? Und mit dem? Komm schon, stopp'n und sag uns! Warnung! Verdammt, warum jetzt? Herr CEO, kannst du diese Sache nicht stoppen? Oh, genau. Wir können nicht nur unsere Leben weg, wie das. Schau, da unten! Wir haben deine Schmerzen genommen. Huh? Es gibt noch etwas, was du uns erzählst. Hast du schon gesehen, diese Kriminalf in den Augen gesehen? Warnung! Wir haben keine Zeit, um ihn zu entfernen! Wir müssen einfach nachdenken, um es zurück in der realen Welt. Panther! Wir müssen nicht den Vater mit uns bringen? Keine Angst, er wird gut. Wir werden sterben, wenn wir hier nicht rauskommen. Nur du kannst du mit deinen eigenen Verantwortung verabschieden. Das ist das, was du mir taughtst. Was? 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 Oh mein Gott! Was? Was? F in den Chat, weil McDonald's ab jetzt tot ist, Alter! Damn, holy shit, what? 4, 3, 2, 1, goodbye. 4, 3, 2, 1, goodbye. 5, 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 2, 1, goodbye. 6, 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 1, goodbye. 6, 2, goodbye. 6, 2, goodbye. 6, 2, goodbye. 6, 2, goodbye. 6, 3, 1, goodbye. 6, 1, goodbye. 7, 2, goodbye. Gut, Gitaro. Willst du noch irgendwo hin? Ich würde gerne mit den anderen auf das Schulfest gehen. Das ist der Shujin Schule? Da würde ich auch gerne hin. Okay. Wir haben uns noch gar nicht auf einen Gast geeinigt. Ein Gast? Irgendjemand berühmt ist? Moment. Gehören die Phantomdiebe etwa auch zu möglichen Kandidaten? Wie sieht's aus? Willst du hin? Das ist ein bisschen übertrieben. Du lässt dich viel zu sehr hinreißen. Sag doch sowas nicht. Was für eine dumme Idee. Oh, eine Vierer-Kombo. Tut mir leid. Ich find's schön, wie kollektiv alle sagen, jetzt wird das Spiel gut. Nach... Warte. Fucking 75 Stunden mit Persona 5 endlich gut. Damn, ey. Holy shit. Aber gut. Hier mach ich erstmal den Break. Meine Aufnahmezeit ist halt auch gleich einfach vorbei. Von daher kann ich gar nicht mehr so viel machen. Aber ich bin gespannt. Wer ist der Schütze? Ich sage... Ähm... Wie heißt der? Ich hab seinen Namen vergessen. Der eine Dude. Die eine Lusche. Ich hab seinen Namen vergessen. Ähm... Mishima. War er das? Genau, er ist der Schütze. Adachi ist der Schütze. Das sowieso. Ähm... Er ist so... Uh, Phantom Thieves. Und er ist so... Okay, er führt halt die Website. Und er hat halt first-hand Informationen, was abgeht. Und wer targetet werden soll. Und er ist einfach so von wegen... Äh, die Allgemeinheit hasst mich, weil ich eine Lusche bin. Also muss ich allen zeigen, wie stark ich bin. Also nehme ich Rache an allen, die sagen, ich bin schwach. Und galt sich daran auf, dass er irgendwelche Dudes killt, die einfach... Power haben, weil er keine hat. Das ist meine... Gummeltheorie, wer es sein könnte. Weil irgendwie... Er ist eh mega sus, so. Er ist total... Er wäre gerne dabei, aber er weiß, dass er nicht dabei sein kann, weil er die ganze Zeit Leute tötet. Think about it. Kind of makes sense. Weißt du, was auch total viel Sinn macht? Nintendos neue Konsole ist ein VR-Headset. Think about it. Einfach mal so... Einfach mal so ganz logisch nachdenken. Ähm, auf jeden Fall. Ich melde mich ab. Es ist Kasumi, ladies. Ich gerade... Ne, es kann nicht Kasumi sein. Kasumi ist zu lieb. Die ist auch ein bisschen dumm, glaube ich. Ich glaube, die ist dazu nicht in der Lage, sowas zu machen. Die ist gut im Herzen. Die tötet keine Menschen. Glaube ich. Ähm. Auf jeden Fall mache ich mich vom Acker. Die Lehrerin ist es. Ah, es könnten so viele Leute sein. Wie gesagt, ich bin weg. Ähm, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Durchstehen. Die letzten 900 Jahre, die es dieser eine Kampf gedauert hat. Und... Auf das wir Persona 5 langsamer zu Ende kriegen. Wir sind ja jetzt über dem Berg. Es kann ja nicht mehr so lange dauern. Da, ja. Gute Nacht.